Sie alle sind froh darüber, endlich ein eigenes Haus in Köln zu haben. Die Pius-Bruderschaft hat das Kirchengebäude vor einigen Monaten der Neuapostolischen Gemeinschaft abgekauft. Hier in Köln-Kalk wollen die Pius-Brüder und ihre Anhänger ab heute heimisch werden. Für Köln ist das ein Gnadenakt, weil es ist die wahre Kirche, die die Mutterkirche seit 2000 Jahren pflegt. Man hat so ein Gefühl von Pioniersarbeit so ein bisschen. Also ich finde es sehr, sehr angenehm. Mit der Neuen Kirche sind diese Kölner wiederum gar nicht einverstanden. Lautstark versuchen die Demonstranten auf der Straße ganz in der Nähe die Einweihung zu stören. Also wir hier Anwohner, linke Gruppen, schwule-lesbische Gruppen finden es nicht in Ordnung, dass unter dem Deckmattel der Religionsfreiheit hier antisemitische und homophobe Hetze in diesen Stadtteil getragen wird. Während der Messe ist vom Treiben auf der Straße allerdings kaum etwas zu hören. Monatelang haben die Gläubigen ihre neuen Räume umgestaltet. Nun genießen sie das traditionelle Hochamt nach lateinischem Ritus. Von den Kritikern fühlen sich viele Gläubige oft missverstanden. Doch Kritik sei berechtigt, meint der Kölner Journalist Günther Bernd Ginzel. Er beschäftigt sich schon lange mit der Glaubensgemeinschaft der Pius-Brüder. Es ist ein Wir-Gefühl, das vermittelt wird, das vor allen Dingen durch einen Mangel an Nachdenken passiert und vor allen Dingen durch den Zusammenhalt derer, die gegen alles sind. Gegen die da oben, gegen Rom, gegen die Bedrohung durch die Migranten, gegen den Islam, gegen die Frauenbewegung, gegen die Abtreibung. Das heißt, man fühlt sich gemeinschaftlich bestätigt in der Ablehnung dessen, was man heute moderne Welt nennt. Der deutsche Distriktobere der Pius-Bruderschaft kennt die Hauptkritikpunkte an seiner Gemeinschaft und erklärt seinen Standpunkt. Also wir sind sicher gegen die praktizierte Homosexualität, wobei wir also nicht gegen den einzelnen Menschen sind. Das ist gar keine Frage. Jeder Mensch hat seine Veranlagungen und jeder Mensch hat auch Erbarmen verdient. Und ich möchte also wissen, wieso wir gegen die Juden sein sollen. Wir bitten natürlich die Juden, dass sie sich schon zu unserem Herrn Jesus Christus, der aus ihrem eigenen Volk hervorgegangen ist, eigentlich bekehren müssten. Einen Dialog zwischen Demonstranten und Gläubigen gab es heute nicht. Doch sie wollen sich weiter gegen die Pius-Bruderschaft auflehnen, haben die Kritiker angekündigt.